Also, vorhin... ... einfach mal... einfach mal so spielen... ... wie ich es drüber gekommen ist... ... ich weiß nicht warum... ... du 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 du... ... du 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 du... ... halt... 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 wir wollen mal... ... auf Nummer sicher gehen... ... wir wollen mal auf Nummer sicher gehen... ... damit wir das auch ganz sicher schaffen... Oh, nicht so am Ende... Äh, 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 äh... Äh! Scheibe, 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 Scheibe! Scheibe, Scheibe, Scheibe! Ah, was ist denn... was? Ja, schwirrt so ne dämliche, verdammte Drecksfliege rum! Uh, ich hab... gottverdammt noch mal keine Fliegenklatsche! Fuck! Fuck, are you serious?! Are you... are you furious, F? Äh, äh, are you furious? Was? Was? Komm, bist du bescheuert? Ja, bin ich! Ich bin mal im Helm! Guggeräusche... Hexe... Tac, zack... Ich bin wiederum, wie Boucharder! Ha, ha! Tchạc! Du, du 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 du... Oh, oui! So. Jetzt verrat mir mal einer, was diese Secret-Exes hier bringen sollen. Die bringen absolut gar nichts. Ich kann hier rumlaufen. Seufz. Oh. Seufz. Dududu. 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 Wow! Wow! Wird mir wohl den Arsch abbrennen? Arsch! Abbrennen! Arsch! Ich mach einen auf Mr. Mr. Night Fox. Arsch! Fick dich. Das war wie der Merlin-Barki. Fick dich! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hilfe! 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 Willst du mich lecken, äh, umbringen? Nein, 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 nein! Ich will weder das noch als eine! Lass das, du Hoden-Kobalt! Jetzt wie ich ihn einfach mal als Hobbit. Nö! Fick dich ins verdammte Knie, ey! Toll. Hat vorhin so schön geklappt. Bei den Playtour-Aufnahmen für 10.3 DSG. Und hat alles so wunderbar geklappt. Da ging's schnell. Zack, zack, zack. Und jetzt dauert es mal länger. Dauert einfach mal 5 Minuten länger. Oder so ähnlich. Wobei ich vorhin bei den Enz-Secret-Exit lange gesucht habe. Hahaha. Du, 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 du. Du, 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 du. Ach, so lange rieche ich mir meine Stimmung. Scheiße, geil jetzt. Ich brauche sowieso noch Videos. Sonst werde ich ja nicht fertig. Fick dich! Fick dich! Ich parodiere zu oft, Madden Barky kann das sein. Hm. Ja, ich sage seinen Namen direkt im Video. Ist mir doch egal. Ich kann ihn blocken, wenn er mir auf den Sack geht. Und nein, mein Lieber, das ist kein Mobben. Du hast ja angefangen, mein Freund. Obwohl, das ist ja kein Argument. Egal. Mobben ist, wenn ich dich permanent verfolgen würde. Und... Und gegen diesen Mega-Mole laufen würde. Das wäre Mobben. Was macht er dieser Mega-Mole die ganze Zeit hier? Nicht Mobben. Heh. Nee. Jetzt mal ernsthaft. Mobben ist was ganz anderes. Und was mit dir gemacht wurde, war einfach nur kritisieren. Und? Das hast du ja scheinbar nicht verkraftet. Mein lieber Kritik. Äh, mein lieber Kritik. Mein lieber Kritik. Heh. Deutsch. Äh. Mein lieber Merlin Barky. Oh, da rum will ich nicht mehr eingehen. Das will ich hier nicht so weit ausweiten. So, ich gieße mir mal kurz was in meinen Becher ein. Mein Becher. Bin der Rächer mit dem Becher. Na, wer kennt's? Wer's kennt, hat Otto den Film gesehen. Zack, 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 zack. Der Rächer mit dem Becher. Wobei, der Becher war ja rot, mein, oder? Der Blau. Aber egal. Ist ja wohl scheißegal. Es kommt auf... Es kommt auf die Geste an. Und nicht auf... Irgendwann anders. Fick... Dich. Ah, nee. Aber da wird es wieder noch ab 18 geschalten, wegen so vieler... Ausdrücke. So, da drüben... Das hat so oft fick dich gesagt. Ich schwoll ab 18. So lange ich die Schwanzhodenvagina sage. Ups, schrieße. Ich glaube, ich muss zensieren. Zack. 30 Punkte. Okay, aber ab jetzt wird dieses Video ab 18. Du, 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 du... Du, 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 du... ding! 1, 2, 3, 4... 4... 4 Leben. Ich habe wieder 51 Leben. Super. Aber wir kommen doch langsam zum Finale. Wobei, ich muss hier noch... Starwood muss ich ja auch noch machen. Die werde ich dann am Ende nach Bowsers Welt machen. Also die Starboard wird quasi... Bonusparts sein, wenn man so will. Ja, die Bonusparts, sondern... Am Ende kommen... Fertig, aus. Bläh! Segelblätter! Ich hasse Segelblätter! Ist mein einziger Feind in Mario, die Segelblätter. Wow! Willst du mich verarschne? Wow! Der ist fies. Du 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 Du. Es wird sehr heiß. Sehr heiß. Ich sage nur heiß. Ich weiß, ich wiederhol mich sehr oft. So ist es, wenn man nicht weiß, was man sagen soll! So ist es, wenn man nicht weiss, was man sagen soll! Heiss, 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 heiss... Wendy... Drum... Aua! Dumm... Dumm-dum-dum... Dumm-didi-dum. WENDY! 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 Hast du ein Handy? Wie billige Reime, ey! Das ist doch nicht mehr normal! Danke! Und... LOL! So kann man uns das auch weg! WENDY! 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 Genau! Wir sind kurz vom... großen Ende! Aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahme! Also dann... Ciao! ... ... ... ... Aus... Tschüss! ...